Ja, und der Herr, der neben mir steht, ist für mich nach all diesen Jahren tatsächlich auch mal wieder ein neues Gesicht, Frank Winkler, der erst letzte Woche in Berlin den Deutschen Krebspreis für seine Forschung bekommen hat. Und in meinem Manuskript steht hier lang, anhaltender, donnernder Applaus. Ja, machen Sie mal, machen Sie mal. Vielen Dank. Ja, denn heute geht es um ziemlich üble Gesellen, nämlich die Hirntumore. Und über die haben wir uns, wenn auch in anderer Besetzung, schon mal hier an dieser Stelle im Januar 2020 unterhalten. Denn Hirntumore, Glioblastome genannt, sind zwar relativ selten, aber tödlich und zwar deswegen tödlich, weil selten oder zu selten die herkömmlichen Behandlungen anschlagen. Und deswegen gibt es auch den Sonderforschungsbereich 1389 mit dem Namen Überwindung von Terrapieresistenz von Glioblastomen. Und der Name sagt es eigentlich schon, ja, welches Kraut oder welche Kräuter sind gegen Hirntumore gewachsen? Ich will Herrn Winkler nicht alles vorwegnehmen, aber seine Forschung, die haben vor allen Dingen mit dem heutigen Modebegriff eines Netzwerks zu tun. Und Netzwerke sind ja heute in aller Munde, ja, wenn man sich trifft, um sich auszutauschen, wie nachher an der Bar, dann nennt man das heute Netzwerken. Und dann gibt es ja noch ein anderes Netzwerk, ja, das mittlerweile unser Leben bestimmt, vom Einkaufen bis zur Partnerwahl, eben das Internet. Insofern wollen wir heute mal schauen, was es bringt, die Hirntumore als Teil eines Netzwerkes zu verstehen, denen man vielleicht den Stecker ziehen könnte. Ja, und ein bisschen Stammpublikum habe ich dann doch erblickt. Und die wissen auch schon, ich beginne immer mit ein und derselben Frage. So unoriginell darf ich dann doch nach all den Jahren sein. Wie erklären Sie, Herr Winkler, Ihren Kindern oder wenigstens mir als Lokaljournalisten, was sie alles so treiben? Tja, breite Frage und natürlich keine ganz einfache Antwort. Vielleicht in einem Satz zusammengefasst versuchen wir eben diese aggressiven, unheilbaren Erkrankungen des Gehirns, die eben wirklich viel Leid über betroffene Menschen, Patienten bringen, dadurch anzugehen, dass wir wirklich ein völlig neues Verständnis entwickeln, diese Erkrankungen. Alles, was wir bisher versucht haben, hat, muss man sagen, wirklich, ja, wir haben Strahlentherapie, wir haben Chemotherapie, wir haben Operationen, aber diese ganzen anderen tollen Entwicklungen der Krebsmedizin, muss man sagen, sind an unserem Feld doch relativ vorbeigegangen. Wir haben keine neuen tollen Antikörper, keine neuen tollen Immuntherapien, keine kleinen zielgerichteten Substanzen, von denen wir jetzt zumindest in kontrollierten Studien wissen würden, dass die wirklich wirken. Das heißt, irgendwie müssen wir das Ganze nochmal neu aufrollen. Und das ist eben auch ein Teil unseres Sonderforschungsbereichs oder Grundidee, dass wir das Thema nochmal ganz besonders angehen. Offenbar sind die sehr resistent, diese Erkrankungen. Und ich werde heute berichten über eine Entdeckung, die wir gemacht haben vor zehn Jahren in Heidelberg hier und wohin die uns geführt hat und wohin die uns dann auch zukünftig führen soll. Dann, nachdem Sie mir erklärt haben, was Sie alles so treiben, vielleicht noch ein bisschen was Biografisches und jetzt geht es ausnahmsweise nicht um Samstagabendschaus. Mich würde interessieren, wie wird man eigentlich Neurologe mit Spezialgebiet Hirntumore? Nimmt man sich das irgendwann mal kurz vorm Abi oder kurz danach vor oder irgendwann im Medizinstudium? Wann hat es bei Ihnen geschnackelt? Ja, das ist also mysteriös, muss man sagen. Ich war zwei und da habe ich gesagt, ich will Arzt werden. Und insofern, das ist in der Zeit, wo man ja kein expletives Gedächtnis hat in der Zeit. Ich kann es also nicht sagen, warum ich Arzt werden wollte. Ich wollte es halt immer, seit ich denken kann, wollte ich Arzt werden. Ich komme aber auch nicht aus einer Familie, wo Arzte oder Akademiker waren. Mein Vater ist Hamburger Kaufmann. Insofern, weiß ich nicht, vielleicht hat mich das beeindruckt beim Kinderarzt oder so. Und dann bin ich halt Arzt geworden und dann, auch da muss man sagen, das war nicht linear. Ich habe dann erst mal in der Kardiologie eine Doktorarbeit gemacht. Und dann war es die Liebe, glaube ich. Meine Ex-Freundin, die hatte sich dann in London, am Queen Square, das ist so ein Krankenhaus, wo dann in Zentral-London, direkt hinter dem britischen Museum, sozusagen die Crème de la Crème der britischen Neurologen ist und versucht, die ganz kniffligen Fälle zu lösen. Und da war ich dann im sechsten Jahr meines Medizinschulens im Pjot und habe dort dann eben drei, vier Monate versucht, auch die kniffligen Fälle zu lösen und habe mit großen Namen da interagiert. Das ist ja in England auch nochmal so, dass man sehr stark integriert wird und dass das eben sehr enges Verhältnis auch ist, zwischen ganz Jungstudenten und den ganz großen Namen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das hat mich zum Neurologen gemacht. Ich dachte, Mensch, das ist so toll, das will ich machen. Und dann bin ich Neurologe geworden. Und dann, warum bin ich Neuro-Onkologe geworden? Naja, das war wieder auch so eine Entscheidung. Wahrscheinlich auch schon wieder die Liebe. Meine dann Frau, die ist nach Boston und ich dachte mir, ja, das ist eine gute Idee. Boston, Harvard und hatte mir aber aus der klinischen Praxis schon, war mir schon klar, offenbar ist das die größte, wie sagt man so schön, Area of Need. Da haben wir am wenigsten in der Hand bisher in der Neurologie, um Patienten wirklich zu helfen. Klar, es gibt natürlich auch neurodegenerative Erkrankungen, aber sogar da passiert ja mehr, muss man sagen, an neuen jetzt Therapien, die auch wirksam sind. Sodass das dann die Gemengelage war. Lange Antwort. Ich verspreche, das wird dann kürzer. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie kommen eigentlich aus einer Kaufmannsfamilie. Jetzt, wer ein bisschen die Buddenbrooks gelesen hat. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm bei Ihnen. Ich habe es dreimal gelesen. Okay, da weiß man ja, was passieren kann, wenn einer aus der Art schlägt. War Ihr Vater, war der damit einverstanden? Mein Eltern waren sehr, immer sehr. Absolut, ja, ja. Die sind ja auch natürlich jetzt nicht, gehören nicht zu dem hanseatischen Adel, wie die Buddenbrooks, sondern sind auch Flüchtlinge aus den Ostgebieten gewesen. Sie haben sich dann in Hamburg gesettelt, mussten gucken, wie sie zurechtkamen und so weiter. Also es war sozusagen, wir sind da nicht die, nicht das genau, der alte Hamburger Adel. Aber, nee, das war, die haben das, fand das gut. Ich habe es ja eh, seit ich zwei bin, habe ich es gesagt. Also die haben jetzt, glaube ich, haben auch eh das jetzt nicht als auslenkbar irgendwie. Aber die haben uns sowieso, auch mein Bruder, der ist dann Jurist geworden, aber auch völlig aus eigenen Stücken. Also wir haben, die haben das ideal gemacht. Also so, wie man es sich nur wünschen kann, dass man alle Freiheiten und Möglichkeiten dann hatte. Das freut. Eine letzte Frage, bevor wir zur Präsentation kommen. Sie haben ja von Ihrer Entdeckung schon gesprochen. Und die Entdeckung hat ja was auch damit zu tun, dass Sie auf die Idee kamen, die Hirnturmohrer als Teil eines Netzwerks zu sehen. Ja, das... Kurz nur mal die Frage, weil mich das auch interessiert, wie man zu solchen Entdeckungen kommt. War das Eingebung oder war das Forschung oder war das sogar die Erfahrung mit Netzwerken im Alltag? Wie kam es? Naja, genau. Also das ist auch eine spannende Frage, weil es ist ja so, die Wissenschaft soll ja so funktionieren. Man stellt eine Hypothese auf und dann macht man seine Experimente und seine Untersuchungen und dann bestätigt man die Hypothese oder man falsifiziert halt. So ist das ja immer die Idee. Und dann hat man am Schluss sozusagen, ist ein Stück weitergekommen. Das ist ja auch oft richtig und wichtig, das so zu machen. Es gibt aber auch manchmal Wege, wo man das ganz anders machen muss. Wo man einfach mal offen schauen muss, was passiert. Ich werde das gleich auch zeigen. Wir haben es einfach gesagt, Mensch, diese Tumore befallen das ganze Gehirn, die sind unheilbar. Wie machen die das denn eigentlich? Wir hatten überhaupt keine Idee, wie sie es machen. Dann haben wir es einfach mal uns angeschaut. Und zwar mit einer Methode, die halt erlaubt, im lebenden Gehirn des Versuchstiers, der Maus, in drei Dimensionen und ganz entscheidend in der vierten Dimension der Zeit. Weil Biologie, wir messen ja fast immer ein- oder zweidimensional, aber eigentlich ist es ja eine vierdimensionale und fünfdimensionale Sache. Und vor allem die Dimension der Zeit, die ist entscheidend. Und ich zeige auch gleich Videos, die das, glaube ich, illustrieren. Und so haben wir das gesehen und gesagt, Mensch, was passiert da? Das ist ja verrückt. Das sieht ja aus, als ob sich da Netzwerke bilden. Das sieht ja aus wie die Entwicklung des normalen Gehirns. Wir haben es dann sozusagen als Arbeitstitel Brain in the Brain Project auch genannt sofort. Als wir das sahen, das war sofort, ja, seeing is believing is understanding. So ist das. Und das ist einfach eine, ich habe das in Harvard gelernt, habe das dann in München verfeinert, diese Methode, diese spezifischen, habe das dann hier in Heidelberg noch, haben wir es dann immer, wir treiben das immer weiter. Und das ist eine ganz ausgezeichnete Methode, um Dinge zu entdecken. Und da muss man eben auch manchmal ohne Hypothese reingehen und sagen, Mensch, ich will jetzt einfach mal was entdecken. Weil wenn man immer nur Hypothesen hat und denen folgt, dann wird man viele Dinge niemals sehen und erkennen. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir begleiten Sie jetzt auf Ihre Entdeckertour. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung, und heute hier sein zu dürfen in der illustren Runde. Und man kann ja auch die Ermüdungseffekte natürlich verstehen, die irgendwann kommen. Ich glaube, das war, ich kann es nicht anders sagen, aber es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, heute herzukommen, weil das ganz interessante Dinge sind, über die wir sprechen und neue Sicht auf Tumorerkrankungen werfen tatsächlich. Tatsächlich, wenn wir über Überlebensstrategien sprechen, dann gibt es die ja auf verschiedenen Ebenen. Im Labor gibt es Überlebensstrategien und man muss resilient sein. Unser Motto ist im Labor, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Das ist so eine Überlebensstrategie des Wissenschaftlers. Aber es gibt eben auch Überlebensstrategien von diesen Tumorzellen. Und da will ich das kurz, was wir schon angerissen haben oder angesprochen haben, kurz besprechen. Das ist alles im Rahmen auch dieses SFBs natürlich, um die geht es ja auch hier in Heidelberg, wo wir in einem Projekt, das ist das Projekt A01, genau dies weiter verfolgen. Und wir kollaborieren sehr intensiv mit sehr vielen Arbeitsgruppen da in diesem SFB. Und ich muss sagen, dieser SFB ist tatsächlich extrem hilfreich und extrem nützlich, das Ganze weiter zu treiben und immer durch die Kollaboration mit ganz vielen Fachrichtungen in diesem SFB. Und das ist nämlich auch wichtig, dass man miteinander spricht, dass man zusammenarbeitet, dass man die Stärken jeweils nutzt und vereinigt, Synergien hebt. Und vieles davon ist eben auch dort entstanden. Letztlich, wie gesagt, Netzwerke. Ich habe sie schön eingeführt. Wir denken ja mittlerweile, dass alles ein Netzwerk ist. Und das hat natürlich zu tun, dass wir unser Gehirn, das ist ja das ultimative Netzwerk, Nervenzelle, wenn die nicht verbunden mit einer Nervenzelle ist, dann ist die völlig nutzlos. Und tatsächlich sterben auch alle Nervenzellen, die sich nicht verbunden haben, nach der Geburt irgendwann. Weil was soll eine Nervenzelle, wenn die nicht im Netzwerk ist? Wenn die autistisch vor sich hinfeuert, das bringt keinem was. Und das weißt ihr auch, deswegen geht die zugrunde. Und wir haben ganz viele, auf großer und kleiner Ebene reden wir über Netzwerkstörungen im Gehirn. Auch das sickert so durch, glaube ich, in die Nicht-Neuro-Szene. Ja, und wenn man mal das Internet durchsucht, ist alles irgendwie Netzwerk, soziale Netzwerke, Beziehungen und so weiter. Also am Ende sind das ja Netzwerke, die günstig sind. Das Internet ist hochgradig resilient, hochgradig günstig, effizient. Wenn wir jetzt unsere Welt als Netzwerk betrachten, technologisch, soziologisch, kommunikationsmäßig, biologisch, dann ist ja die Überzeugung, Erwartung an so ein Netzwerk immer, wir haben höhere Effizienz in dem Netzwerk. Es gibt eine größere Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen Dinge, die nicht so schön sind. Und alles in allem eine Überlegenheit. Und auch das hatten sie schon sehr schön, das haben wir nicht abgesprochen, darauf waren sie schon gekommen, das Internet tatsächlich, das wurde ja mit genau dieser Idee geboren, mit einer militärischen Zielsetzung. Man will in diesem Netzwerk eben nicht angreifbar sein, weil das Internet ist so gebaut und Netzwerk theoretisch so gebaut, dass eben einfach nur Random Damage, also einfach Schaden, der sozusagen viele Dinge, wenn es nicht die direkten Knoten sind, betrifft, einfach kompensiert werden kann. Und interessanterweise, die Daten zeige ich heute nicht, das ist auch noch nicht publiziert, finden wir sogar diese Netzwerksysteme des Internets genau in diesen Tumornetzwerken, die ich Ihnen zeigen werde. Was nicht nur wir, sondern viele andere auch schon lange glauben, oder nicht nur glauben, sondern auch beschrieben haben durch jahrzehntelange Forschung auf der ganzen Welt, ist, dass Tumore eben nicht nur eine stumpfe Ansammlung von chaotischen Tumorzellen sind, die sich nicht an Regeln halten und einfach wachsen, sondern eben ein Organ, in dem ganz viele auch Nicht-Tumorzellen kooperieren mit den Tumorzellen, damit das Ganze funktioniert und der Tumor wachsen kann. Also Tumore sind wirklich Organe und das ist etwas, was unser Verständnis von Tumorkankung in den letzten 20, 30 Jahren auch nochmal sehr stark verändert hat. Und eben, dass Tumorzellen selber nervenzellähnliche Dinge machen und auch mit Nervenzellen reden, das werde ich Ihnen dann erzählen, das ist eben eine ganz neue Forschungsrichtung, die aus den Dingen, die wir machen und auch ein paar andere machen, auf der Welt dann sozusagen sich so ergeben hat. Und nicht nur eben Blutgefäße, Immunzellen etc., Schützzellen, alle möglichen Zellen, die den Tumorzellen helfen, nein, es sind auch Nervenzellen. Diese unheilbaren Hirntumore sind eben dadurch gekennzeichnet, dass es eine diffuse und auch multifokale, also an verschiedenen Stellen des Gehirns sich ablaufen, hier mit schwarzen Punkten sind überall eingewanderte Tumorzellen, das ist sozusagen so ein Präparat von einem Tumor, das ist der Haupttumor, aber überall sind bereits bei Diagnosezellen eingewendet. Also eigentlich ist das eine ganze Hirnerkrankung vom Staat. Und das gilt eben für Glyobastome, das gilt für diffusen Astrozytome, das gilt auch für andere kindliche unheilbare Hirnerkrankungen. Das heißt, die klinische Herausforderung ist immer, wie kann man Tumorzellen in so einem empfindlichen Organ, was das Gehirn ja ist, effektiv behandeln? Und die fundamentalen Fragen eben, trägt das Gehirn sogar selbst zu der Erkrankung bei? Okay, fördert es die Tumorkolonisierung sogar und das Tumorwachstum? Das ist ja auch eine furchtbare Idee, aber leider ist es genau so. Und das werde ich Ihnen dann kurz zeigen. Nutzen Tumorzellen, Nervenzell, Nervenähnliche Mechanismen und kann das irgendwie therapeutisch genutzt werden am Schluss? Und das ist genau das Experiment, was ich beschrieben habe. Einfach mal schauen. Keine Hypothese. Wir hatten gesagt, Mensch, wie machen die Tumorzellen das? Warum sind die so effektiv, das ganze Gehirn so schnell zu besiedeln? Und was wir gemacht haben, ist in grün hier Tumorzellen markiert. Und Sie sehen hier über einen Zeitraum von zwei Monaten, also jeden Tag wird jetzt tief im Gehirn so ein Bild gemacht mit dieser Mikroskopie-Methode. Dafür wird eben ein kleines Glasfenster implantiert in den Kopf der Maus. Und so kann man dann eben unter Schonung natürlich, Narkose und so weiter, dass es für die Maus nicht unangenehm ist, kann man dann in der Tiefe das immer wieder aufnehmen. Und über zwei Monate sieht man hier, wie das Gehirn besiedelt wird. Und Sie sehen, dass die Tumorzellen eben bei der Besiedlung so ganz lange Membranfortsätze, ganz lange Fortsätze, die durchaus an die Fortsätze von frühen Nervenzellen und Nervenzellvorläufern während der Hirnreifung erinnern. Die heißen Neuriten. Und genau so sieht das aus, wenn das Nervensystem sich bildet. Also daher, und der Matthias Oswald, ein sehr, sehr begabter Neurologe, der bei uns in der Abteilung war und der dann Erstautor dieser ersten Arbeit war dazu, der hat das, wie gesagt, der war eigentlich auch Neurowissenschaftler, hat in Freiburg promoviert, hat gesagt, Mensch, das ist ja genau wie Hirnreifung. Und der hat das gesagt, das ist für mich, und wir haben es dann irgendwie gesagt, Mensch, das ist ja so unser kleines Brain-in-the-Brain-Project hier. Also offensichtlich bildet sich irgendwie was Hirnähliches im normalen Gehirn. Und so kam er drauf. Das war dann die Entdeckung. Und dann haben wir geschaut, ist das überhaupt relevant in menschlichen Präparaten? Und ja, also in menschlichen Präparaten ist das sogar noch relevanter. Alles voll mit diesen Netzwerken, zwischen diesen Tumorzellen. Man fragt sich, warum wurde das eigentlich früher nicht gesehen? Das kann ja nicht sein. Jetzt schauen sich Pathologen über 100 Jahre das an, diese Präparate, und warum sehen die das nicht? Und da muss man sagen, das hängt davon ab, hängt auch damit zusammen, dass halt das ganze Gehirn voll mit diesen langen Filamenten ist. Das nennt man halt Axone, Dendriten, also Nervenzellfortsätze. Deswegen ist es nicht so leicht, das dann von Tumorzellfortsätzen zu unterscheiden. Man braucht spezifische Antikörper, die Tumorzellen färben. Die wurden ja auch in Heidelberg entwickelt. Und auch das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Als wir dann das erste Mal das hier sahen, mit diesen Netzwerken, die sich da bildeten, wenn ich dann so im Tumorboard war, das hier in Heidelberg, wenn ich Felix Samen, ein sehr begabter Neuropathologe, der auch eben mit beteiligt war an der Entwicklung dieser tumorzellenspezifischen Antikörper, gesagt hat, Mensch Felix, jetzt könnt ihr tumorzellenspezifisch färben mit euren neuen tollen Antikörpern. Seht ihr denn so ganz dünne Linien, die durchs Gewebe laufen jetzt? Ja, das müsstet ihr eigentlich sehen. Und da seine erste Reaktion war, wenn es das gäbe, hätten wir es gesehen. Das gibt es sicher nicht im menschlichen Präparat. Und dann zwei Stunden später ruft er an und sagt, Mensch, ich habe mir nochmal in der Vergrößerung alles genau angeschaut. Das ist voll mit diesen Linien, also voll mit ganz dünnen Zellfortsätzen. Und was dann rauskam, war, dass die Pathologen, die wollten halt diesen Antikörper als tumorzellenspezifische Superfärbung, ist auch patentiert und hat auch Uni Heidelberg viel Geld verdient. Also das wollte man quasi publizieren, das wollte man auch vermarkten, das wollte man im Prinzip schmackhaft machen. Und was dann passiert ist, ist, dass die haben dann tatsächlich diese Linien einfach versucht, nichts zu zeigen. Weil wenn man das so sieht als Review oder als Leser, hätte ich auch gesagt, ja, das ist ja eine völlig unspezifische Färbung von normalen Nervenzellen, die man da sieht. Und wenn man jetzt ein tumorzellspezifischen Antikörper auf dem Markt bringt, will, dann ist das nicht das, was man zeigen möchte. Das heißt, die haben es gesehen, aber haben das sozusagen versucht, eigentlich irgendwie nichts zu sehen. Und in den Publikationen kann man es auch nur ahnen, aber man ahnt es so, aber es wurde eben versucht, immer nichts zu zeigen, weil man, und das ist ganz, ganz wichtig in der Wissenschaft, manchmal sind die Dinge, die man eben überhaupt nicht erwartet und die eben einem total auch gegen den Strich gehen, sind die, die am entspannendsten sind. Und wir haben dann diesen Antikörper benutzt, um ganz viel zu machen und haben in hunderten menschlichen Präparaten gezeigt, diese Netzwerke sind extrem relevant, extrem wichtig und sind tatsächlich immer da. Es gibt keinen dieser Tumore, der das nicht hat. Also es ist nicht so, dass es mal sein kann oder nicht oder bestimmte Unterformen. Wenn es ein unheilbarer Hirntumor dieser Arten ist, dann haben die immer diese Netzwerke. Und das haben nicht nur wir, sondern mittlerweile alle, die sich damit beschäftigen, sehen das halt, wo eben Tumorzellen, das ist alles aus menschlichen Präparaten hier, eben über diese langen Fortsätze miteinander verbunden sind und Netzwerke bilden zwischen den Tumorzellen. Und die Tumorarten, das nennt man Oligodendoglium, die sind sehr nah verwandt, diesen Astrocytum, aber die sind tatsächlich sehr gut behandelbar und sogar zum Teil heilbar, die machen das nicht. Und das hat uns dann gleich auf die Spur geführt, das kann vielleicht was extrem Wichtiges mit Therapieresistenz zu tun haben. Und das haben wir dann auch quantifiziert in mehr als hundert Beschnitten. Und genau so ist es hier. Das nur mal zusammenfassend heißt, dass in den besonders bösartigen, aggressiven Tumoren eben besonders viele und lange vorkommen. Das korreliert sehr stark mit den klinischen Verläufen. Das heißt also, da war schon, und wir haben diese Fortsätze TMs genannt, Tumor-Microtubes, um das nochmal zu erklären, was TMs sind. Man sollte ja nicht immer einen neuen Begriff, aber es gab halt jetzt keinen Begriff, der gepasst hätte. Wir hatten jetzt neuritenähnliche Fortsätze, aber das ist auch ein doofer Name. Also es gab keinen Begriff und dann muss man halt einen neuen Begriff etablieren dafür. Es war bisher nicht bekannt, dass Tumorzellen solche Fortsätze bilden. Und dann haben wir eben weitergeschaut und haben auch diese selbe Methode, diese Intravital-Mikroskopie, also dieses Aufnahmetief im Gehirn, der Leben aus. Wir sehen ja so eine Tumorzelle und wir sehen, wie die hier so ein ganz langes TM, diesen TM-Fortsatz bildet. Und wir sehen an der Ende, wie die ständig das Gehirn scannt. Es werden hier aberisiert, es sind so kleine Seitenäste, die die ganze Zeit vor und zurück gezogen werden. Und die Tumorzelle kann sehr effektiv checken, was so um sie herum los ist und wo sie sich am besten hin bewegt. Wenn sie sich dann teilt, wir sehen hier so ein Zellkern, der sich teilt, das geht hier über 172 Stunden wieder tief im Gehirn, so eine Tumorzelle, sieht man, dass eben dann auch der Tochterzellkern direkt geschattelt wird in ferne Orte. Und nach der zweiten Teilung bildet sich sogar ein neues TM. Also das ist für den Tumor eine extrem effiziente Methode, sein ganzes Material eben zu verteilen im Gehirn. Über diese, erst mal für den Tumor sehr leicht, die Tumorzelle sehr leicht zu bildenden Zellfortsätze. Dann bildet sich dieses eben kommunizierende Netzwerk, in dem Tumorzellen eben hier in pink gezeigt, komplexe Verbindungen miteinander eingehen. In dunkelgrau sind isolierte Tumorzellen, die nicht im Netzwerk integriert sind. Das ist wichtig. Also nicht alle Tumorzellen machen da mit. Es gibt auch weiter, wie auch in anderen Gesellschaften und sozialen Kontexten, sehr isolierte Entitäten, Einheiten, die eben nicht im Netzwerk sind. Aber viele Tumorzellen, ungefähr die Hälfte ist das so, immer wieder, die ist eben sehr stark im Netzwerk integriert. Und ganz viele von diesen TMs schienen blind zu enden. Wie Sie sehen hier, sie sind so richtig so Fasern, dass die irgendwie blind zu enden scheinen. Die sind hier in hellgrau gezeichnet. Die verbinden jetzt nicht die Tumorzelle mit einer anderen Tumorzelle. Aber die machen eben ganz andere wichtige Verbindungen zu anderen Zellen im Gehirn. Dazu komme ich dann noch am Schluss zu sprechen. Und man sieht, dass diese Hirntumore letztlich erregbare und erregte Gewebe sind, in denen diese Tumorzellen die ganze Zeit über Calciumwellen miteinander kommunizieren. Das machen auch andere Gewebe im menschlichen Organ. Das ist eine Möglichkeit, wie sozusagen Gewebe, die Zellen in einem Gewebe miteinander kommunizieren. sich auch abstimmen können und eben dann ein sinnvolles das Ganze bilden, einen sinnvollen Organismus bilden. Und das machen die Tumorzellen genauso. Man sieht hier ein ganz komplexes Kommunikationsmuster. Teilweise laufen die Wellen über den ganzen Tumor. Man sieht auch hier in der Invasionszone, wo nur so ein paar vereinzelte Tumorzellen sind, auch die nehmen noch teil. Das heißt, im Prinzip ist dieser ganze diffuse, versprengte Hirntumor so ein kommunizierendes Organ, in dem eben diese Tumorzellen und dazwischen sind überall noch normale Hirnzellen, die auch ihren Job machen. Und das wissen wir vom Patienten auch sehr gut, dass das eben so ist, dass das sich sehr, sehr diffus vermengt miteinander. Und hier sehen wir aber jetzt nur die Tumorzellen angefärbt und wir sehen eben, wie die miteinander reden hier die ganze Zeit. Und wir sind jetzt dabei, und das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil das auch noch nicht publiziert ist, das zu dekodieren, also zu verstehen, was reden die miteinander, also wie und was reden sie miteinander und was bedeutet das. Und da kommen jetzt sehr, sehr spannende Dinge raus und das ist ein bisschen Spoiler natürlich dann für beziehungsweise ein Teaser, kein Spoiler, ein Teaser vielleicht dann für die Zukunft nochmal, wenn ich nochmal dazu reden sollte. Das kann ich Ihnen aber beim nächsten Mal sagen, wenn es dann hoffentlich bald angenommen ist. Man sieht es hier nochmal, auch solche Kommunikationsmuster, so ganz rhythmische, teilweise auch hierarchisch erscheinende Kommunikationsmuster. Also so ein Tumor ist irgendwie weniger eine Demokratie als doch eine relativ üble Diktatur, wo so ein ganz Paar die Hosen anhaben und die anderen treiben. Dazu will ich aber auch nicht zu viel sagen, weil das eben auch Gegenstand dieser gerade laufenden Untersuchung noch ist. Also ein hierarchisches, autokratisches System, in dem ein paar Tumorzellen dem Rest klar diktieren, was los ist. Und die Tumorzellen, die nicht verbunden sind, die haben ganz viele Kalzinfektionen, aber die zeigen keine klaren Kommunikationsmuster. Das sind wirklich diese Tumorzellen, wo wirklich so rhythmische Kommunikation dann passiert. Und da ist sicher noch viel zu verstehen und auch diese Muster sind so komplex, dass wir auch sicher erst an der Oberfläche kratzen und immer weiter uns in diese Kommunikationswelt begeben des Tumors. Und dann kann man fragen, warum kommuniziert man? Naja, auch Kommunikation führt ja zu einer Funktionalität und zu einer Resilienz. Wenn man nicht kommuniziert, wird man sehr schnell sehr depressiv und viele Sachen laufen gar nicht mehr gut im Leben. Und das ist beim Tumor auch so. Und das war ein Experiment, ehrlich gesagt, das hatte, damals war unser ältester sieben und der war großer Star Wars Fan und der hat dann gesagt, Mensch, ihr macht jetzt die ganze Zeit Laserscanning, Mikroskopie und so. Also Laser hat er schon verstanden, dass wir da was mit dem Laser machen. Und dann hat er natürlich so ein Star Wars Konzept, dass man mit dem Laser ja auch, eigentlich ist ja eine Waffe, mit der man irgendwas terminiert oder so oder seinen Gegner ausschaltet. Mit so einem Laserschein. Aber dann könnt ihr das nicht einfach nehmen und dann einfach den Tumor umbringen? Habe ich erst mal gesagt, naja, nee, das, haha. Und dann aber habe ich nachgedacht und man sollte immer auf seine Kinder hören, wenn man Experimente plant. Und ich dachte, Mensch, das ist eigentlich eine super Idee. Und das haben wir dann gemacht und haben gesagt, jetzt nehmen wir doch einfach mal diese Tumorzelle aufs Korn und bringen die mal um, indem wir die so viel scannen, dass die einfach stirbt. 2000 Mal übergescannt mit dem Laser, dann ist die sozusagen, der Zellkern ist ja noch so ein Fragment zu sehen. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, wie reagiert denn das Netzwerk da drauf? Und witzigerweise, also das war erst mal erwartet, also es ist eher so ein Kümmerer-Netzwerk, in dem dann die anderen Tumorzellen nicht weglaufen, wenn sie merken, dass da irgendwas Unheilvolles geschehen ist, sondern die kümmern sich, die strecken ihre, wie so eine vielleicht ideale Europäische Union, wo man sich dann wirklich um so ein armes Land, was Geschaukeltes kümmert und erst mal guckt, Mensch, wie kann ich helfen, was ist los? Aber dann sind es eben nicht diese Zellen, sondern es ist eine Zelle, die mit diesen Zellen verbunden ist, in 3D sieht man das ganz gut, über verschiedene Netzwerk-Knotenpunkte, also nicht direkt, ganz, ganz indirekt und sehr komplex verbunden. Und die teilt sich dann und nach 12 Stunden ist dann hier unten, das sieht man schlecht, hier unten ist der Mutter-Zellkern und hier oben ist der Tochter-Zellkern und es hat sich bereits wieder ein neues TM, dieser Zellfortsatz, ausgebildet, der genau in die Richtung zeigt, wo jetzt der tote Freund beerdigt wird. Nach 24 Stunden geht dieser lange Fortsatz genau dahin, wo eben der tote Freund jetzt immer noch tot ist und dieser Zellkern ist hier mittlerweile wartet quasi am Eingang hier und dann ist der nach 40 Stunden hier runtergewandert und ist jetzt genau an der Stelle, wo eben die tote Zelle war und nach 60 Stunden hat sich diese Tumorzelle jetzt hier wieder mit allen anderen Zellen verbunden. Also das ist total verrückt, das ist ja überhaupt nicht das, was man glaubt, dass ein Tumor ist, dass also ein Tumor offenbar fähig ist zu einer Erkenntnis seiner eigenen Integrität und erkannt es seiner eigenen Gesundheit oder seiner eigenen Struktur und dann aber auch fähig ist, eine ganz gerichtete und hochkomplexe Selbstreparatur auszufüllen. Also das ist, man muss das so interpretieren, wir haben dann, als der Matthias Oswald das erstmal gemacht hatte und er fand das ja auch gut, also ich habe ihm auch erst später gesagt, dass die Idee vom Siebenjährigen kam, aber das hat ja offenbar zu hochinteressanten Dingen geführt und dann habe ich gesagt, Mensch Matthias, aber das ist verrückt, das müssen wir x-mal wiederholen, in der Wissenschaft muss man Sachen wiederholen, damit man dann dran glaubt, das kann ja auch mal Zufall sein und das war hoch reproduzierbar und wir haben dann als Kontrolle gesagt, gut, aber das ist so verrückt, das werden auch die Reviewer und die Leser nicht glauben, wir müssen das irgendwie kontrollieren, dann haben wir noch Zellen umgebracht, die nicht im Netzwerk verbunden sind, hier so eine oder so eine und da war das dann ganz selten, dass das passiert. Das heißt also offenbar eine Netzwerkfunktion, Erkenntnis der eigenen Integrität, Erkenntnis des eigenen Selbst. Nun schließen wir in der Klinik ja nicht mit Laserstrahlen, also das ist sozusagen vielleicht der nächste Schritt, aber das ist schwierig, wir machen ja was anderes, wir machen das natürlich Strahlentherapie gegen diese Tumore und da ist es dann tatsächlich so, dass diese nicht verbundenen, isolierten Tumorzellen hier mit diesem Stern bezeichnet, wenn man bestrahlt, dann gehen die zugrunde und zwar in großen Mengen und die vernetzten Tumorzellen hier, die bleiben sehr gesund und munter und sterben nicht und sodass das offensichtlich ein ganz wichtiger Mechanismus ist, diese Vernetzung, um resistent gegen die negativen Effekte der Strahlentherapie zu sein für diese Tumorzellen und es ist sogar noch schlimmer, wenn man sozusagen dann mal schaut, die nehmen sogar zu, das heißt bestrahlte Regionen, das heißt die Tumorzellen reagieren auf die, sie merken, irgendwas ist nicht gut, Strahlentherapie ist erfolgt, dann wird sogar das Netzwerk noch dichter und stärker und sie kommunizieren auch deutlich mehr nach der Strahlentherapie, also das ist auch adaptiv, also als Reaktion auf diese Strahlentherapie, so wie man, wenn man, ja, es gibt ja wahrscheinlich kaum weniger Anrufe, die man macht, als nach einem schrecklichen Lebensereignis und genauso ist das hier in den Tumornetzwerken, die eben anfangen plötzlich extrem miteinander zu reden und extrem miteinander zu kommunizieren. Und das ist kompliziert, das zeigt im Prinzip dieses Experiment, dass was da passiert ist, dass die Tumorzellen zu einer Homöostase, also einem Puffern auch fähig sind von kurzfristigen Erhöhungen und Ernträgen von Calciumwerten und dadurch im Prinzip resilient werden. Das heißt, so eine Tumorzelle im Netzwerk kann eben kurzfristige Probleme mit Calcium, die dann ganz schnell in den Zelltod führen, Apoptose führen, abpuffern. Auch das ist eine Netzwerkfunktion, die plausibel ist. Das kann einfach dann sozusagen, wir kennen das auch relativ gut von Astrozyten im Gehirn, diesen Stützzellen, die den Nervenzellen helfen, die machen das auch, weil die auch miteinander verbunden sind, die haben auch ein Netzwerk miteinander, sehr ähnlich wie diese Tumornetzwerke. Und das Ganze scheint genauso vom Tumor genutzt zu werden. Das müssen Sie nicht alles lesen, das soll nur heißen, wir haben viele Experimente gemacht, haben gesagt, wie machen die denn das? Also was sind die molekularen Wege, Mechanismen, um diese TMs und dann diese Netzwerke zu bilden, die durch diese TMs dann im Prinzip durch die Verbindung, die von den TMs zwischen Zelle und Zelle gemacht werden. Und da wird tatsächlich ein bekanntes, ein ganz wichtiges Molekül genutzt, was ganz wichtig ist für diese Nervenzellprozess-Aussprossung, Neuriten heißt das, Aussprossung. Und das ist dann so wie an der Spitze von Neuriten, dass sich das dann konzentriert, hier dieses Protein, was das macht. Also genauso sehen eigentlich auch Neuriten aus von normalen Nervenzellen, wo sich dieses, das nennt sich Neuronal, also neuronales Wachstums assoziiertes Protein 43. Das heißt halt so, das konzentriert sich hier an der Spitze dieser TMs, dieser Tumor-Mikrotubes. Und genau so ist es auch bei Neuriten während der Hirnentwicklung. Und wenn man das jetzt ausschaltet, genetisch noch in diesen Gliomzellen, die dann bestrahlt, dann kann man die relativ hohe Strahlenresistenz dieser Tumore brechen. Dann können Tumore, die, wenn man sie nur bestrahlt, nicht so toll ansprechen, eben plötzlich sehr stark ansprechen auf Strahlentherapie. Und man kriegt diese Tumorzellen wirklich raus aus dem Gehirn. Und das ist, muss man sagen, das sind ja jetzt gute Modelle der Erkrankung. Es gibt viele schlechte Modelle, mit denen man arbeiten kann in der medizinischen Forschung. Das ist natürlich, ja, und wir haben Jahrzehnte auch mit schlechten Modellen gearbeitet. Das sind jetzt sehr, sehr gute Modelle, wo eben Tumorzellen von Patienten dann relativ schnell in die Maus gebracht werden und dann eben solche ganz diffusen, sehr, sehr nah die menschliche Krankheit reflektierenden Modelle entstehen. Und da ist es wirklich schwierig, sowas zu erreichen, muss man sagen. Schlechte Modelle, da kriegt man immer tolle Effekte, lässt sich toll publizieren. Aber diese wirklich guten Modelle, die sprechen auf ganz wenig an. Und das war schon ein sehr bemerkenswerteres Ergebnis daher, was uns eben gezeigt hat, dass offenbar, wenn man die Netzwerke stört, dann kann man eben diese Tumore plötzlich sehr empfindlich gegenüber Strahlentherapie bekommen. Und kann das brechen, die Resistenz. Sodass die Zusammenfassung ist hier nochmal auf diesem Folie, also diese langen Fortsätze, diese TMs werden für die Invasion genutzt, auch für die Disseminierung im Gehirn, Proliferation sogar. Also wenn man das hemmt, dann teilen die sich auch nicht mehr so richtig, weil die kann dann ihre Zellkerne nicht mehr so richtig verschiffen. Dann die Verbindung, Zwischenverbindung und dann bildet sich dieses Netzwerk, was eben sehr, das ist kein offenes, man nennt das Syncytium, also keine Situation, wo die Tumorzellen einfach völlig frei einen offenen Schlauch haben, mit dem sie verbunden sind. Da ist so ein bestimmtes Molekül, das nennt sich Connexin 43, das ist ein anderes, das hat nichts mit Kapitänfext zu tun, das ist so ein Kanalmolekül, was bestimmte Dinge durchlässt, aber relativ viel durchlässt. Jetzt keine Riesenmoleküle, also auch keine Zellkerne, also es können keine Zellkerne zwischen den Zellen ausgetauscht werden, zwischen individuellen Zellen, aber viele Moleküle, auch Calcium und alle möglichen Messinger, auch alle möglichen kleinen RNA-Stückchen und so, die können dadurch wandern und werden auch ausgetauscht in dem Netzwerk zwischen den Tumorzellen. Und das tritt sicher, das sind alles Mechanismen, wie es zu dieser Resilienz kommt. Und die Haupttreiber ist eben dieses GAP43 und eben auch noch ein anderes Molekül und letztlich erklärt das ganz gut, warum eben diese Tumore, die das verloren haben, diese Oligodendogliome, die guten, warum die so viel besser ansprechen, weil die nämlich so aussehen und eben nicht so, das können die nicht, die bleiben eben als runde, isolierte Tumorzelle und die assozitären Gliome, die unheilbaren, die können das halt und dann passiert das. Letztlich ist es so, dass das die Strahlentherapie betrifft. Das habe ich gezeigt. Nun sehen wir ja das Glyobastom als ganzer Erkrankung. Trotzdem sind die meisten Rezidive lokal in der Klinik, hier so in der Arbeit gezeigt oder auch hier an einem Beispiel, wo so nach einer Biopsie dann plötzlich eben da was ganz Großes wächst, da wo biopsiert wird. Und das soll ich jetzt auch nicht irgendwie verunsichern, denn wir wissen ja, also Resektion, also Operation und auch Biopsie ist wichtig und sinnvoll und davon profitieren Patienten das alles sehr gut belegt. Nur auch da gibt es ja möglicherweise Resistenzmechanismen gegen das, was der Chirurg eben versucht, rausschneiden. Und tatsächlich ist das so, wenn man jetzt hier in diesem Netzwerk einfach was entfernt, dann sieht man, wie dann so eine ganz überschießende Heilung passiert. Wir haben ja gerade diese Selbstheilung gesehen und hier passiert das sogar in wirklich überschießender Weise. Das ist natürlich hier ein lokal Rezidiv, was aber offenbar durch die Operation selber angerichtet wird. Und wenn man dann dieses GAP-43 hemmt, dann sieht man, dass man das auch wieder eben nicht nur die Strahlentherapie hatten wir gesehen, effizienter kriegt, sondern dass man diese Selbstheilung auch verhindern kann, weitgehend verhindern kann. Während wenn man nur Dexamethason gibt, also Cortison, das machen wir der Klinik sehr viel, auch um Schwellung nach der Operation günstig zu beeinflussen und auch, dass es den Patienten besser geht, dann hat das nur einen ganz marginalen Effekt und der ist auch nur kurzfristig andauernd. Und was man sagen muss, das ist wieder so eine zusammenfassende Betrachtung, für die Strahlentherapie als auch für die Chemotherapie ist es so, dass diese Netzwerkzellen eben überleben oder größtenteils überleben, während die unvernetzten Zellen größtenteils kaputt gehen. Also das ist der klinische Effekt, den wir sehen, wenn wir heutzutage Strahlentherapie einsetzen. Das sehen wir auch. Aber wir kriegen halt dieses resistente Rückgrat der Erkrankung, dieses Netzwerk nicht gut zu fassen. Und bei der chirurgischen Lesion kommt es zu einer Selbstreparatur ähnlich wie bei diesem Video, das ich Ihnen da gezeigt hatte. Und ja, so dass man sagen muss, das sind gute Gründe, das anzugreifen und versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und es wird noch schlimmer oder noch, muss man sagen, irritierender. Und das ist auch was, was man jetzt mit betroffenen Patienten auch nur sehr, sage ich mal, vorsichtig besprechen muss. Denn das sind keine Dinge, die man natürlich gerne jetzt hat. Aber auch das hat uns zu ganz neuen Erkenntnissen geführt. Deswegen ist es natürlich wichtig, darüber zu sprechen. Normale Nervenzellen im Gehirn, das ist ja nun unser Gehirn, ist voll mit normalen Nervenzellen, deswegen macht es die Funktion, die es macht. Die verbinden sich mit Synapsen, mit diesen Tumorzellen. Und zwar vor allen Dingen diesen TMs, diesen Membranfortsetzen der Tumorzellen. Und das sind völlig normale Synapsen, wie sie auch Nervenzellen miteinander bilden. Das sind erregende Synapsen, also Glutamat ist das. Das ist so das eines der erregenden Botenstoffe, Neurotransmitter nennen wir das. Und das nennt sich Amparrezepter, das ist also so ein Rezeptor für dieses Glutamat. Und das ist aber eine spezielle Form des Amparrezeptors, die wir beim Erwachsenen gar nicht so sehen oder ganz nur in ganz, ganz wenigen Hirnregionen überhaupt noch sehen, die was mit Langzeitgedächtnis zu tun haben. Vor allen Dingen in der Entwicklung und bei kleinen Kindern noch ist das stärker. Und die Tumorzelle hat also diesen speziellen Rezeptor, aber im Prinzip ist das ein ganz normales Signalweg, wo die Synapsen dazu führen, dass eben Nervenzellerregung, was ja ständig passiert, das ist ja das Denken, also Denken kommt durch Erregung von Nervenzellen und Kommunikation von Nervenzellen, das führt dazu, dass eben ständig unfreiwillig die Tumorzellen miterregt werden. Und dadurch entstehen Kalziumwellen, also ein Teil der Kalziumwellen, die ich Ihnen gezeigt habe, kommt durch eine direkte Neurongliom synaptische Erregung und das führt zum Wachstum und Invasion dieser Tumore. Das ist, erst mal, wenn man das so sieht, verrückt und wir waren auch froh, dass wir nicht die Einzigen waren, die das 2019 in Nature publiziert haben, sondern eine Arbeitsgruppe in Stanford, Gruppe von der Michelle Monji, eine ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin und Freunde, muss man auch sagen, die ich sehr schätze, die auch, muss man, also eine der wahrscheinlich erfolgreichsten Wissenschaftlerin der Welt im Moment ist, die hat das auch entdeckt. Wir haben das früh entdeckt, dass wir es gemeinsam entdeckt haben und man kann dann in der Wissenschaft, also man kann dann sozusagen versuchen, den anderen zu übervorteilen oder nicht übervorteilen, aber schneller zu sein, übertrumpfen, als erstes ein Ziel zu laufen oder man macht es so, dass man sich abstimmt und wir haben dann gesagt, Mensch, lass uns das doch gemeinsam machen und wir haben uns dann immer alle paar Monate haben wir dann so Videoschalten gemacht und dann hat sie das für ihre ganzen Kindlichen unheilbaren Hirntumore und wir haben das eben für die Erwachsenen unheilbar und das war schon mal so die erste Trennung, weil sie ist auch eine Kinderärztin und Kinderhirntumorexpertin und wir haben das eben dann für die Erwachsenen gemacht und so und sie hat auch noch ein paar andere Methoden gemacht und wir haben uns aber auch durchaus inspiriert oder glaube ich, und haben so ein paar Sachen auch ähnlich gemacht und dann haben wir es eben Rücken an Rücken nennt man das, also man schickt dann was gleichzeitig zu einem gerade großen Journal und sagt, Mensch, guck mal her, wir haben dasselbe gefunden und so weiter und dann werden eben beide gleichzeitig im selben Ausgabe publiziert und das ist, weil wenn Sie in die ganz großen Journale gucken, gibt ja viele verrückte Geschichten, muss man sagen und nur ein Teil davon ist wahr und das weiß auch jeder und nur ein Teil lässt sich reproduzieren und das ist natürlich dann schon viel besser, wenn man eine wirklich verrückte Geschichte hat, dass man dann zumindest sieht, das scheint offenbar zumindest auf beiden Seiten des Atlantiks so zu funktionieren und es scheint offenbar so robust zu sein, dass das nicht nur mit viel Drehen an den Daten sondern eben auch tatsächlich einfach eine sehr robuste Eigenschaft dieser Tumore und so ist das eben und das war insofern eine starke Erfahrung also es war natürlich wir waren sehr froh, dass das am Schluss alles so erfolgreich geklappt hat aber das war auch eine starke Erfahrung in der Wissenschaft dass man eben wirklich durch eine sehr synergistische nützliche durch ja jetzt vielleicht gutartige Netzwerke dann eben den bösartigen Netzwerken was entgegensetzt oder wie immer sagen man sollte nicht dümmer als der Tumor sein wir müssen gutartige Netzwerke dem entgegensetzen diesen bösartigen Netzwerken und das war eine tolle Erfahrung und das geht auch weiter mit der also das ist wirklich super und auch muss man sagen dieses ganze Umfeld in Stanford da sind ja viele Leute die verrückte Sachen machen und verrückte Ideen haben das ist schon auch das passt ganz gut zu dem was hier auch wir haben eine immer engere Kollaboration und auch gerade die Neuroonkologie also die Hirntumorforschung wir haben jetzt sehr enge Zusammenarbeit mit Stanford aber auch mit Harvard und versuchen so ein bisschen so ein Dreier ja sind auch jetzt wieder in Harvard am Ende des Jahres da wo wir immer so ein ganz regelmäßig Austausch werden auch gemeinsame Seminare rein jetzt starten also das ist schon auch sehr nützlich und sehr hilfreich gemeinsam da am selben Strang zu ziehen in vielen Bereichen und das hält jetzt groß genug es gibt genug für alle am Ende rauszufinden und zu publizieren und die Frage ist jetzt wie kann man jetzt diskonnektieren wie kann man jetzt sozusagen diese Tumorzellen aus diesen Netzwerken bringen oder wie unser Partner in der Biotech Firma mit der wir da auch kollaborieren sagt in typischen britisch-englischen Art disconnect the bastards also wie man diese Bastards diskonnektiert also entkoppelt und da gibt es verschiedene Ideen man kann also man kann sogar ein trojanisches Pferd sich überlegen dass man das irgendwie nutzt die Netzwerke um irgendwie Sachen da reinzubringen die schlecht sind aber man kann natürlich vor allen Dingen die Kanäle hemmen man kann die Aussprossen hemmen man kann alle möglichen Dinge sich überlegen man kann diese Neurongliom-Synapsen hemmen von denen ich erzählt habe wo die Tumorzelle eben immer der Receiver ist und eben ständig von Nervenzellen erregt wird und dadurch eben das Tumorwachstum angetrieben wird das kann man sich alles überlegen das haben wir uns natürlich überlegt wir haben uns jetzt tatsächlich auf drei Sachen jetzt erstmal konzentriert und da haben wir zum Beispiel mit einer Substanz das ist ein Antiepileptikum was genau diese bösartigen Synapsen auch hemmt weil es also diese Eigenschaft und das haben wir und auch Michelle Monge hat das gezeigt dass das auch dann das Tumorwachstum stark hemmt in diesen Modellen die seit 2019 arbeiten das wollen wir jetzt mit vielen Zentren in Deutschland eben in so einem ja um die 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 wollen wir darum dieses Substanz geben und damit auch diese bösartige Selbstheilung vermindern oder verhindern weil wir auch glauben dass da auch Neuron-Glium-Synapse eine Rolle spielen und da hoffen wir dass wir vom BMBF dann bald hoffentlich das Geld dafür bekommen dass wir das starten können und da eben Patienten behandeln können das Perampanel ist interessant weil das eben ein Antiepileptikum ist was ich auch sehr gerne meinen Patienten gebe die unter einer sehr hartnäckigen Epilepsie bei Hirntumoren leiden also viele Patienten bekommen epileptische Anfälle und da gibt es einen Teil der wirklich nicht gut anspricht auf die üblichen Antiepileptika und insofern ist das eine ganz interessante Zwei-Wirksamkeits-Substanz in der man auch eben besonders effektiv diese Tumorepilepsie und ich verstehe auch besser warum man diese Epilepsie besser behandeln kann weil das eben so ein bösartiger Kreislauf ist die wir dann unterbrechen zwischen Nervenzellüberregbarkeit und dann eben Tumorzellwachstum und Tumorwachstum es gibt eine Studie da sind die ersten beiden Patienten jetzt sogar schon rekrutiert das wird jetzt von Bonner Kollegen geleitet die auch begeistert von den Netzwerken waren dann auch publiziert haben dazu und auch gezeigt haben dass wenn man dann sozusagen diese Gap-Junctions diese Konnektivität hemmt mit Substanzen die diese Gap-Junctions verstopfen also diese Kommunikationskanäle verstopfen und da ist eine Substanz Miklofenamat heißt das das ist in den USA zugelassenes Magengeschwürmedikament wirkt aus irgendwelchen Gründen gegen Magengeschwüre auch und das soll eben auch Patienten jetzt im wiederkehrenden Glibastom gegeben werden um zu sehen ob das eben was bringt und wir entwickeln mit einer Biotech-Startup-Firma in Cambridge in England eben neue Substanzen die eben gegen diese ja Moleküle gerecht sind die halt in der Nervensystementwicklung eine Rolle spielen war natürlich bisher noch keine Pharmafirma irgendwie interessiert warum sollte man da gegen Substanzen entwickeln das ist ja auch verrückt aber deswegen muss man jetzt ganz neu das angehen und wirklich auch das mit und auch da ist es so man muss es halt auch selber machen die große Pharma die finden das witzig und interessant aber die haben natürlich eine ganz andere Gedenke und ganz andere Pipelines und ganz andere Interessen und haben ganz andere Tumorerkrankungen die viel häufiger sind die sich viel mehr interessieren das heißt man muss das schon auch selbst in die Hand nehmen und das haben wir jetzt in die Hand genommen das sieht auch gut aus interessant aus wir haben erste sogenannte Lead Compounds also Substanzen die sehr interessant aussehen wo wir Wirksamkeiten sehen auch bei Tieren und jetzt müssen wir mal schauen dass wir damit weiterkommen und da wollen wir natürlich irgendwann auch in die in die Klinik damit gehen also und das ist dann schon das Ende schlussfolgernd also offensichtlich werden Signalwege der Entstehung des Nervensystems gehijackt missbraucht von diesen Tumorzellen um eben durch die Ausbildung dieser langen Prozesse ein funktionales resistentes multizelluläres Netzwerk zu bilden das ermöglicht Kommunikation Invasion Resistenz Resilienz für den Tumor also alles was man so braucht also offensichtlich muss man sagen Tumore sind Organe ja aber das ist eben nicht nur Kooperation mit den gutartigen Zellen unseres Körpers sondern eben Tumorzellen selbst können sich zu komplexen organähnlichen Strukturen organisieren und die Hemmung kann halt dazu beitragen das Wachstum und auch die Resistenz von diesen Hirntumoren zu verringern und auch das habe ich Ihnen erzählt dass letztlich Gliobastomzellen unseren Nervenzellen ständig zuhören durch diese Neurontumorsynapsen die sich eben stark ausbilden leider die von Tumorzellen selber eben angerichtet werden oder deren Bildung von der Tumor selber stimuliert und dann wird diese Information intensiv verarbeitet die Tumore werden erregt und das gibt dann den relevanten Wachstumsstimulus Störung dieser vielschichtigen Netzwerkkommunikation hat sicherlich das Potenzial Hirntumore am Wachstum weiter zu hindern und möglicherweise aber auch die Hirnfunktionsstörung die wir bei vielen Patienten sehen dann auch zu verbessern also interessante Ideen nicht nur vielleicht Lebenszeit sondern auch Lebensqualitätsgewinnen dann für Patienten also Hirne als Netzwerke Hirntumore als Netzwerke so sieht es aus jetzt muss man diese Netzwerke von denen trennen bisher alles was wir in diese Richtung versucht haben weil das eben doch ganz andere Prinzipien sind und sehr viel mehr mit frühkindlicher und eben sogar auch vorgebotlicher Entwicklung des Nervensystems zu tun hat scheint das zu funktionieren dass man das doch so hemmen kann dass diese guten Netzwerke nicht gestört werden das ist ja entscheidend und auch da muss man sagen um das Ganze vielleicht nochmal sozusagen auf einer gewissen Metaebene zu nochmal zu betrachten ist ja die Frage ob unser Gehirn das einzige ja vielzellige multizelluläre System ist was clever und resistent ist oder ob das auch anders klein kommt und da gibt es eben auch höchstrangige Publikationen von so einer Gruppe von verrückten japanischen Wissenschaftlern die sich das mal überlegt haben es gibt so eine so ein Einzeller das ist so eine Amöbe und die kann sich wenn die sozusagen Stress hat also wenn die wenn es keinen Nährstoff gibt wenn es alle möglichen wenn es extrem heiß wird also wenn die richtig Stress haben dann machen die das auch dann verbinden die sich zu solchen Netzwerken das sieht schon ziemlich ähnlich aus wie die Tumorzellennetzwerke und die können aber auch eben dann als Einzelzelle leben und überleben aber die machen dann diese Netzwerke wenn es halt irgendwie unangenehm wird und die haben die quasi gezwungen in diese Netzwerke zu machen und dann haben sie mal gesagt Mensch jetzt gucken wir mal wie so ein Netzwerk Amöben-Netzwerk hier durch so ein Labyrinth findet und tatsächlich war es so dass das Netzwerk es geschafft hat ganz sinnvolle Labyrinth-Löse Aufgaben zu meistern und wenn man dann das genommen hat und geschüttelt hat und die Einzelzellen dann wieder alle auseinander waren und die haben sich dann wieder verbunden dann haben die sich das sogar gemerkt wie sie schnell aus dem Labyrinth rauskamen hört sich völlig verrückt an ist aber mehrfach höchstreichend publiziert auch reproduziert das heißt also offensichtlich ist unser Nervensystem unser Gehirn nicht der einzige Ort wo sinnvolle Dinge passieren wo sich viele Zellen verbinden zu irgendeinem quasi halb intelligenten in unserem Nervensystem natürlich sehr intelligenten aber in diesem muss man ja sagen das hat natürlich nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun aber es ist ja schon auf dem Weg zur Intelligenz es ist ja auch überschrieben sehen Sie hier Intelligence wird hier relativ selbstbewusst in dieser Nature Ausgabe hier also Nature ist ja so das führende biomedizinische Forschungsjournal oder sowieso biologische und naturwissenschaftliche Journal muss man sagen ja also offensichtlich scheint es so zu sein dass eben auch Tumore dazu fähig sind wenn sie Netzwerke bilden und aber nicht nur Tumore auch alle möglichen komischen einzelligen Dinger schaffen das denen man normalerweise keine Intelligenz zugesteht das heißt wir müssen vielleicht auch uns ein bisschen von unserer Cerebro ich bin ja Neurologe das heißt ich darf das sagen von unserer cerebrozentrischen von unserer gehirnzentrischen Sicht auf die Welt lösen und sagen es gibt wahrscheinlich ist das auch eine Funktion unser Gehirn ist halt so ein archetypisches Netzwerk von eben besonders vernetzten Zellen die halt das besonders gut machen klar deswegen kann das so tolle Sachen aber es gibt eben auch noch andere Systeme in denen das auch gut funktioniert riesen Dankeschön an alle die die Arbeit gemacht haben und das ist ganz entscheidend auch zum Teil hier sind heute das ist ja so dass man selber schon lange nicht mehr im Labor steht und jetzt auch beim Deutschen Krebskreis zum Beispiel wurde sich sehr bedankt bei allen Kollaboratoren und bei Professor X und Professor Y und Professor Z und ich habe also meine Dankesrede dann dafür benutzt und habe das dann gesagt dass es ja eigentlich steht und fällt es ja mit den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die im Labor sind die tolle Ideen haben und die das Feld voranbringen wo man selber noch so ein bisschen Rat geben kann und Empfehlungen geben kann und natürlich man diskutiert es viel und so aber am Ende ist das das Entscheidende und deswegen ist ja große Dank an die ganzen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im Labor ich habe einige Namen schon genannt und ja wir suchen auch immer nach neuen natürlich vielen Dank an die an die die das Geld gegeben haben für die Forschung natürlich an den SFB auch das wovon wir viel profitiert haben und ja auch vielen Dank den Patientinnen und Patienten und den Angehörigen und Angehörigen die sozusagen auch Gewebe geschwendet haben auch für die Untersuchung und herzlichen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen Applaus und Angehörigen und Angehörigen und Angehörigen und Angehörigen und Angehörigen untertitel